Sie interessieren sich für die lokalen Angebote Ihrer Stadt und benötigen nützliche Informationen für das tägliche Leben? Dann werfen Sie am besten einen Blick in unsere aktuelle Informationsbroschüre. Wo Sie die finden? Ganz einfach! Zum Beispiel im Rathaus und an weiteren öffentlichen Stellen oder online als interaktive Broschüre unter total-lokal.de. Darin erfahren Sie alles Wissenswerte über das Leben und die Angebote in Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt oder Ihrem Landkreis. Gedruckt oder digital mit vielen zusätzlichen praktischen Funktionen. Wir freuen uns auf Ihren baldigen Besuch.